Ich darf das Verhalten der Autokunden jetzt 15 Minuten in den Fokus unserer nächsten Diskussion stellen mit Philipp Postl, Gründer und CEO von V-Act. Herzlich willkommen. Ich darf Sie zu mir bitten. Wir begrüßen Dominik Kripp, Vertriebsleiter von Carplus. Auch herzlich willkommen. Und Andreas Handl, Head of Corporations in Stock Finance, Sand an der Consumer Bank. Auch Grüß Gott und einen schönen Tag. Ganz kurz zur Vorstellung. V-Act, Datenspezialist für die Automobilindustrie in den Bereichen. Digitale Sales, After-Sales-Analyse, Marketing-Unterstützung, digitalisiert Marketing- und Vertriebsprozesse im Handel. Die verfügbaren Datenquellen werden natürlich jetzt auch von den Kunden geliefert. Daraus macht man gute Kampagnen mit Hilfe der V-Act Marketing Cloud erfolgreich. Wenn Sie dieses Ergebnis hier gesehen haben, die Kunden sind digitaler geworden, liefern damit aber auch entsprechende Daten, mit denen Sie weiterarbeiten können. Ja, also das ist das große Thema. Das Thema Datenqualität im Handel, das ist schon ein Thema, das es sehr lange gibt. Aber jetzt gerade haben wir es gehört. Jetzt ruft der Kunde an. Ja, aber dazu brauche ich die Telefonnummer des Kunden, damit ich genau diese Informationen herstellen kann. Und genau an der Stelle setzen wir aktuell stark an, dass wir nochmal genau reinschauen und sagen, welche Informationen über den Kunden habe ich? Das werden immer mehr Daten. Wie kann ich sie vernetzen? Und wie kann ich auch den Kunden einbinden, um herauszufinden, was möchte er denn? Wie möchte er denn mit mir kommunizieren? Und man ist immer wieder überrascht, wie viele gerne auch immer noch telefonieren. Ja, und da kann ich sicherlich einen Chatbot einsetzen, aber der braucht dann sehr viele Informationen. Oder den Mitarbeiter. Und auch der Mitarbeiter braucht diese Informationen direkt vorbereitet. Ich rufe an, weil ich brauche einen Pickerl. Ich fahre ein Service Leasing, ist alles mit inkludiert. Nächster Termin ist dann und dann fertig. Und das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und das macht aber natürlich auch das Autohaus, das macht den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin erst richtig kompetent, wenn sie eigentlich sofort die richtigen Informationen über den Kunden parat hat, wie wir gerade gehört haben. Das stärkt ja auch das Verhältnis zwischen Kunden und Autohaus. Das ist die einzige Chance. Wir müssen den Mitarbeitern es leichter machen. Es werden immer weniger Mitarbeiter im Handel für mehr Kunden. Das haben wir ja in unserem ersten Vortrag von Oliver Bohnen gehört. Und dann muss ich die Mitarbeiter effizienter machen. Und ich darf sie nicht durch sieben Systeme schicken, sondern ich brauche die Informationen zur Hand, damit ich den Kunden mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Beratung überzeugen kann und nicht, indem ich ein System suche. Dazu kommt jetzt auch noch ganz kurz die Daten, die diese Unternehmen, die Sie alle haben. Das ist ja ein gewisser Datenschatz und man weiß oft gar nicht, auf welchem Datenschatz man sitzt, weil sie vielleicht unstrukturiert und noch nicht gut durchforstet sind. Absolut. Also wir haben zum einen die Hersteller-Silos. Also wir werden immer mehr Hersteller, die auch Daten haben, Fahrzeugdaten, Kundendaten. Aber die meisten Händler haben ja mehr als eine Marke. Also auch da, wo ist der Kunde aktiv? In welchen Geschäftsmodellen ist er schon bei mir? Und das zu vernetzen, das ist die Aufgabe vom Handel. Kurz zu Dominik Kripp, Vertriebsleiter bei K-Plus, stammt aus dem Mutterkonzern der Wiener Städtischen Versicherung, war dort in Führungsrolle, Vertriebsaußendienst, Trainer für die Kfz-Sparte, neben BWL und Wirtschaftspsychologie-Studium mit dem Schwerpunkt Vertriebswirtschaft, dann das Führungskräfte-Trainee-Programm, Autoliebhaber und damit zu K-Plus gewechselt. Wie spüren Sie denn im Versicherungsbereich auch jetzt diese Transformation, auch diese von mir aus auch durchaus datengetriebene und digitalere Kommunikation der Kundinnen und Kunden? Also zuerst danke für die Einladung. Wir sind davon überzeugt, dass Customer Journey grundsätzlich ein hybrider Prozess ist. Was weine ich damit? Sehr viele der genannten Kontaktpunkte finden online statt, beginnen dort, aber einige davon enden offline, schlussendlich im Autohaus. Und wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, unsere Autohäuser vor Ort zu betreuen und bei diesem Wandel zu unterstützen. Und wir kriegen einfach immer mehr mit, dass viele derzeit den Fehler machen und den Schwerpunkt rein auf den Online-Bereich dieser Customer Journey setzen. Aber gerade diesen hybriden Transformationsprozess hin zum Autohaus von diesem Kunden, der sich sehr lange online informiert hat, wir haben es gerade vorher gehört, das ist die zweitwichtigste Entscheidung im Investment nach dem Wohnraum, da möchte ich keinen Fehler machen. Und nach dieser Beratung, nach dieser Informationsflut komme ich in ein Autohaus und muss dort entsprechend abgeholt werden. Und wir kriegen mit, dass unsere Produkte in der Versicherung diesen neuen Anforderungen gerecht werden müssen. Das heißt, wir müssen auch darauf achten, welches Produkt kauft dieser Kunde, was sind die Risiken, die damit verbunden sind. Ist das ein Elektrofahrzeug, ist das ein Abofahrzeug, ist das ein Mietfahrzeug? Und wir müssen unsere Produkte auf der einen Seite adaptiv dahingehend adaptieren, dass wir kein Risiko übersehen. Und der Verkäufer muss das ganze Produkt so barrierefrei wie möglich verkaufen können. Das heißt, es muss auch so einfach wie möglich, keep it short and simple, so einfach wie möglich zu erklären sein, weil wir wissen ja ohnehin auch, die Verkäuferinnen und Verkäufer haben ja immer mehr zu bewältigen. Also neue Fahrzeuge, neue Funktionen, neue Einstellungen. Dann kommt noch die Versicherung mit neuen Produkten und neuen Angeboten. Je mehr Entscheidungen man treffen muss, desto schwieriger wird sie dem Kunden gemacht. Das heißt, Sie gehen auch in diese Richtung, dass man sagt, simpel und gut überschaubar. Genau, also wir versuchen da diesen Spagat zu schaffen, auf der einen Seite die Deckung nicht als Nachteil der Beratung zu machen und auf der anderen Seite unseren Verkäuferinnen und Verkäufern als Partner zur Seite zu stehen. Das heißt, die Software muss so intuitiv wie möglich sein, ist sie jetzt direkt implementiert oder als Webshop betrieben und gleichzeitig muss sich der Verkäufer parallel auf den Kunden konzentrieren können. Und das gelingt ihm nur dann, wenn eben die Software unterstützend aufbauend gewisse Fragenstellungen vorbereitet, sodass ich als Verkäufer auch nichts übersehen kann. Es ist die Versicherungsberatung ein sehr umfangreicher Prozess. Es gibt die IDD-Norm, die eben genau vorgibt, ich muss meine Kundin oder meinen Kunden nach dem Bedarf gerecht beraten. Ich darf ihm quasi nicht das günstigste Produkt oder das Produkt, was aus meiner Sicht für ihn geeignet ist, anbieten, sondern ich muss zuerst fragen, was hast du für einen Lebensstandard, was hast du für ein Fahrzeug gekauft, eben Abo, Kauf, Leasing und dahingehend muss ich mein Produkt auch richtig auswählen, weil sonst mache ich einen Beratungsfehler. Und wir wollen unsere Verkäufer davor schützen, dass sie einen Beratungsfehler begehen und wir wollen unsere Kunden auch dafür schützen, dass sie vielleicht nicht gut genug versichert sind. Und warum ist das aus unserer Sicht wichtig? Weil wir glauben, dass im Leistungsfall ein Teil dieses Vertrauens, das der Kunde oder die Kundin dem Verkäufer schenkt, gefährdet werden kann. Das heißt, komme ich dann drauf, ich habe vielleicht das falsche Produkt erhalten, werde ich nicht nur die nächste Versicherung nicht mehr bei diesem Verkäufer oder im schlimmsten Fall auch in diesem Autohaus kaufen, sondern ich werde wahrscheinlich das ganze Auto nicht mehr dort kaufen. Und das ist eine Gefahr, warum wir uns relativ rasch mit dem Thema Beratung, Datenqualität und das Ganze am Point of Sale im Autohaus beschäftigt haben. Daten, Datenverarbeitung, Datenqualität, Beratung der Mensch nach wie vor im Mittelpunkt. Kommen wir zu Andreas Handl, Head of Corporations and Stock Finance bei der Santander Consumer Bank seit 2009, bei Santander seit 2014 im Kfz-Bereich der Bank, seit 21 Head of Corporations and Stock Finance. Einfaches, persönliches Service steht da im Mittelpunkt. Wie sehr müssen Sie denn auch im Bereich der Finanzierung auf veränderte Kundenwünsche reagieren können? Natürlich gleich wie meine Mitredner, aber um die, einen echt schönen Satz unserer Vorrednerin strapazieren zu dürfen, am Ende des Tages kaufen Menschen von und bei Menschen, genauso sehen wir es. Ja, es ist die Historie von Santander in Österreich ist vielleicht eine etwas andere. Wir sind groß geworden durch und dank des stationären Handels. Entsprechend hat sich ein Loyalitätsgefüge entwickelt. Wir sind da dankbar und durchaus demütig und sehen auch grundsätzlich die mittelbare Zukunft des Verkaufs, ungeachtet der unterschiedlichen Generationen, die auf den Markt dringen, im stationären Autohandel. Vielleicht eine Zahl, wir werden heuer erstmalig die 800-Millionen-Euro-Grenze im Retail-Finanzierungsvolumen durchbrechen. Ich denke, dass ich meine, als markenunabhängiger Kfz-Finanzierer Österreichs durchaus repräsentativ von rund 95 Prozent davon machen wir dank des stationären Handels. Betrachtet man es vielleicht ganz kurz von Generationenseite, ich selbst mit 44 bin so irgendwie an der Schwelle zwischen Generation X und Y, ob jetzt X oder Y sei dahingestellt. Tatsächlich ist, ich habe die erste Hälfte meines Lebens offline verbracht, also alles, was irgendwie mit sozialen Medien und allen digitalen Einflüssen mit sich bringt, habe ich mir mühsam arbeiten müssen. Es dringt eine neue Generation als sehr, sehr wichtige Kundengruppe auf dem Markt. Das sind die Digital Natives, diese Generation X, wo das digitale Milieu, deren normales, gewohntes Umfeld ist. Warum? Weil sie reingeboren sind. Entsprechend ist dieser hybride Kommunikationsansatz extrem wichtig, auch für uns als Bank. Aber Tatsache ist, dass wir diesbezüglich ganz klar den stationären Handel unterstützen und auf stationären Handel nicht nur auf Basis dieses emotionalen Loyalitätsgefüge setzen, sondern auch tatsächlich das Ganze strategisch im Fokus haben. Warum? Wir sehen, und das ist für mich immer ein sehr, sehr schönes Beispiel, wenn eine Marke aus einem hochdigitalisierten Land wie China kommt, um BWD das bezüglich zu strapazieren. Und ich kann das frei von der Leber wegmachen, weil es leider kein Kooperationspartner von uns ist. Die kommen aus einer hochdigitalisierten Welt als großer Player nach Europa und auf den österreichischen Markt und bedienen sich eines traditionellen Händlernetzes. Ich glaube, das ist unterstreicht unsere Strategie und These für die Zukunft. Du hast mich meine 19-jährige Tochter kurz vor ein paar Wochen gefragt, wie habt ihr das offline überhaupt überleben können? Wir haben ja so lange Zeit offline gelebt und wir haben es überlebt. Wir haben uns halt anders irgendwie connected oder connected, sagt man heute, getroffen heute und irgendwo unterwegs gewesen. Jetzt würde mich interessieren, wenn man von der Vergangenheit in die Zukunft schaut, die Finanzierung ändert ja wahrscheinlich auch ein bisschen so das Nutzerverhalten. Fange ich jetzt bei Ihnen auch wieder an in dieser Runde. Macht ihr euch darüber auch Gedanken, dass jetzt da eine neue Generation nachkommt, die anders finanziert, die anders nutzt ein Fahrzeug? Denke ich doch. Also weg von diesem Besitzdenken hin zum Nutzen des Fahrzeugs. Wir haben das jetzt kurzfristig und vor allem von dem Zeitpunkt der Pandemie weg, das ja ohnehin die Automobilbranche zumindest für ein, zwei Jahre gänzlich verändert hat, nämlich um 180 Grad, als das da erstmalig eine Situation war, in einem Verdrängungswettbewerb, dass da weniger Angebot als Nachfrage war. Kommen wir wieder zu einem Markt, wie er getickt und funktioniert hat, wie vor der Pandemie, nur mit weniger Fahrzeugen am Markt und ich spreche von Neuwagenregistrierungen, befassen natürlich auch wir uns entsprechend mit dem Nutzungsverhalten. Und wir wissen, dass vor allem die jüngere Generation als solches informierter, wissender und dadurch auch kritischer... Hat auch die Umfrage gezeigt, man kommt informierter. ...arm-point-of-seel-Auftritt und in weiterer Folge auch an uns. Kritischere Kunden haben meistens auch höhere Serviceansprüche. Werden diese nicht erfüllt, ist mit der Loyalität nicht mehr ganz. Und genau hier wollen wir entsprechend in die Kerbe treten und die Finanzierung als Kundenbindungsinstrument zusätzlich ins Rennen werfen. Muss man jetzt auch dazu sagen, wir kommen auch aus einer Schrauber-Generation. Also das wird die nächste Generation nicht mehr selber machen, sondern der Service-Gedanke steht da im Vordergrund. Dominik Kripp, auch die Zukunft des Autohauses, die Zukunft des Autoverkaufs, wo wird die sein? Wird es das Autohaus der Zukunft noch so oder in einer anderen Form geben? Wie sehen Sie das? Also ich glaube, es ist ganz sicher eine Mehrkanallösung. Also Multi-Channel hat mir gut gefallen, nicht Omni-Channel. Ich glaube aber schon, dass der Großteil, wenn man jetzt die nächsten drei bis fünf Jahre betrachtet, in dieser hybriden Form stattfindet. Das heißt, Information online, sehr umfangreich, teilweise mit YouTube und Godrive ja sehr schnell möglich. In Millionen Ausprägung kann ich mir heute alle Informationen zugänglich machen, aber dann sehr wohl in einem zweiten Schritt mit dieser vorab informierten Quelle ins Autohaus zu gehen und das dann schlussendlich zu kaufen. Das wird der Großteil sein. Es wird ein kleines Segment geben, das online auch abschließt. Das wird sich dann vielleicht in den nächsten Jahren etwas erhöhen. Aber ich glaube, das Autohaus der Zukunft, wenn man jetzt zukünftig in den nächsten fünf Jahren sieht, wird sich gar nicht so stark verändern in der Hinsicht, wo die Kaufhandlung stattfindet. Die Information ganz sicher, Datentransfer auf jeden Fall. Der kommt mit einer Füllzahl an vorab informierten Details zu allen Autos. Ich werde als Verkäufer denen nicht mehr das Auto erklären müssen. Ich brauche heute nicht mehr Details über die Ausstattungen zu wissen, das weiß der Kunde eh. Der kommt von einem YouTube beratenden Verkaufs- oder Beratungsgespräch, das geht heute ganz einfach, geht ins Autohaus und will eigentlich nur noch diese Bestätigung haben. Wenn jetzt auf mich selber blicke, jetzt bin ich mit meinen knapp 30 Jahren vielleicht eh gerade die Zielgruppe jung. Ich kaufe mein Auto auch nicht online in der Hinsicht, sondern ich mache genau das. Also informiere ich vorher online, befrage vielleicht noch im Freundeskreis, bei uns in der Firma logischerweise, aber ich möchte dann auch dieses Erlebnis und Kauf ist ein Erlebnis nach der Investition, das möchte ich schon vor Ort nach einer Probefahrt, nach einer Beratung abschließen. Darum glaube ich es eben die größte Herausforderung für die Autohäuser, sich gar nicht so sehr auf den Online-Prozess zu konzentrieren und dann vielleicht sogar den Offline-Prozess ein bisschen zu vernachlässigen, sondern die Frage zu beantworten, wie gelingt mir der Sprung von dem online beginnenden Prozess, der dann in dem Großteil der Fälle offline endet. Zu einem kleinen Teil online, das steht außer Frage, aber zum Großteil in den nächsten fünf Jahren wird das genauso ablaufen. Also das ist die entscheidende Schnittstelle, wie hole ich meinen Kunden, der gut informiert ist, kommt ab und biete ihm diese Schnittstelle, dass er da keine Widersprüche zum Beispiel findet, sondern dass ich ihn schön richtig dann transformiere bis hin zum Kaufvertrag. Ich durfte vor kurzer Zeit in München drehen, in einer großen Forschungsstätte, wo es um UIUX geht, also User Interface, User Experience, wo einfach Fahrzeughersteller sich damit auseinandersetzen, wie kann der Kunde im Auto jetzt mit seinem Fahrzeug kommunizieren, weil er vielleicht auch, wenn es autonom oder teilautonom fährt, längere Zeit die Möglichkeit hat. Das heißt, dieses Connected Car ist jetzt, und jetzt komme ich wieder zu den Daten zurück, ist eine wichtige Geschichte. Ist die Kommunikation eigentlich mit dem Auto mittlerweile wichtiger mit dem Kunden als die Kommunikation generell über das Fahrzeug selbst? Also ich würde sagen, dass die ganzen Connected Car Daten eigentlich die Grundlage für die Kommunikation mit dem Kunden sind. Denn alles das, was das Fahrzeug mir meldet an Bedarfen, an Zustand, muss ich ja dann in der Kundenkommunikation oder kann ich in der Kundenkommunikation nutzen. Und wir sehen da eine kompletten Veränderung im After Sales Marketing, wo man vorher versucht hat, den Kunden proaktiv anzusprechen auf Wahrscheinlichkeiten. Das ersetzt sich in dem Moment, wo das Fahrzeug einfach meldet, hier, das sind die Bedarfe. Und da kommt für den Handel, glaube ich, die ganz große Herausforderung, dass ich jetzt eben in der Lage bin, es dem Kunden einfach zu machen und nicht sage, da ist ein Problem, sondern zu sagen, hey, dein Fahrzeug hat Bremsen-Service fällig, wir stellen fest, wir können gleich die Räder mit wechseln, weil es ist jetzt die passende Zeit. Das ist möglicherweise der Preis. Und hier sind die nächsten drei Termine. Und ob ich das am Telefon mache oder auf einer Website, ist eigentlich egal, weil ich verkürze diese ganze Diskussion, weil ich den Bedarf zusammenbringe mit einem Angebot und ihm gleich sage, wie ich das lösen kann. Und da sehe ich, dass wir über sieben Minuten in der Terminvereinbarung aktuell sparen können, wenn wir die Daten zusammenführen und zum Beispiel das Thema Online-Termin um 18 Prozent erhöhen kann, wenn ich genau diese Prozesse nutze, wo ich die Daten nutzbar mache, zusammenführe und so der Mensch oder auch die KI oder auch der Kunde selbst dann einfach den Vorgang abschließen kann. Das sind die Tools, die Sie unter anderem anbieten. Genau. Das sind die Tools. Das heißt, man macht aber auch den Kundinnen und Kunden einen großen gefallen, weil die Entscheidung ja viel einfacher ist. Wir treffen jeden Tag so viele Entscheidungen und müssen sie treffen. Und wenn dann mir diese Entscheidung jemand abnimmt. Genau. Oder ihn auch mal wieder positiv verstärke. In Ihrem Servicevertrag ist das mit drin. Kostet in dem Sinne nichts. Also diese Information, da den Kunden zu differenzieren, das ist wichtig. Letzte ganz schnelle Runde. Kurze Antworten. Was müssen die Autohäuser, was müssen die Betreiber von Autohäusern aus ihrer jeweiligen Sicht als nächsten Schritt unbedingt beachten? Den sollte man auf keinen Fall auslassen. Sie beginnen. Also ich würde sagen, Kundendatenqualität erhöhen und prüfen. Die Brücke bauen zwischen Online und Offline? Datenqualität nutzen, ja. Und finanzieren, finanzieren, finanzieren. Okay. Dankeschön. Was für ein Schlusswort. Wie unerwartet. Dankeschön. Danke Ihnen allen. Danke sehr. Dankeschön. Philipp Postl von WIEG, Dominik Kripp, Kaplos und Andreas Handel von Santander.